Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Rundshowdown. Diesmal wieder mit Schindfälligen Trio. Ok, das ist mit Krähen aufgegangen. Das könnte also gefährlich werden hier drüben. Ne, Scrappy is hier drin. Das ist mit Krähen. Das ist mit Krähen. Das ist mit Krähen. Das ist mit Krähen. Was ist mit Krähen. Prof. Das war's für heute. 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 Okay, es gibt auf jeden Fall... Irgendwo ein Gegner. Das war's für heute. 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 War's für heute. Das war's für heute. Weil, wenn du sagen, hör'n etwas, Das war's für heute. Nummer 2. exactly, Not Buy. $8 e Similarly. You 10